hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen runde und wir haben dieses mega gemetzel hier die copper hat mein kopf ist gut ich nehme die ist richtig gut hier ich könnte noch ein paar meteor hier sind so viele waffen ich kann mich gar nicht entscheiden so dann wir hier mal durch einmal hoch die grütze ja schön dass er wieder eingeschaltet habe schön dass ihr dabei seid euer transak am mic hier und hier geht es wieder munter weiter der krieg ist ausgebrochen auch wir müssen die 100 mal treffen so der hat jetzt gericht und die condor die nämlich mehr die per und die andere wieder die hat die condor noch drei schuss nicht dass mir zu wenig okay sonst noch was noch eine condor musik ist ja richtig genial das muss ich sagen ist gut okay weiter geht's mal gucken wo wir jetzt lang müssen hier rüber das war ja das super gemetzel hier ein paar granaten könnte ich auch noch mal gebrauchen da kommen wir nicht rüber hier hochklettern auch nicht ein stück vom schiff die musik ist ja der oberkracher hier also richtig genial habe ich hier noch eine mit mehr schuss dann wechsle ich noch mal eben durch hier die copper hat die hat die copper hat 120 ja die ist auch gut hier durch da war richtig oh mein gott niss sam ist er sitzt in der falle mal wieder so den hammer komm her boy schön headshot oh da ist schon wieder so ein der muss ich den helm vom kopf schießen komm her noch einer oh jetzt kommt sie auch von der anderen seite oh die ki hier ist richtig richtig schlau oh 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 money for die copper hat oh oh den nehm den nehm den da den hammer alter schwede hier ist was los ah was ist das hier für eine geile oh alter schwede was ist das hier für ein monster teil ho 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 meine herren das ist ja geil das ding endlich haben wir eine vernünftige bumme tut das gut dich zu sehen so wo ist er wo bist du ich bin dafür komm her rauf da die musik ist der hammer ist der absolute turner hier richtig geil das nächste problem wartet schon ich weiß gar nicht was du zuerst beschießen sollst hier da oh ich bin gleich weg vom fenster oh krass 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 T was heißt er steht hier ist was los jo das ding ist richtig gut hier so da kommen ja der nächste bitte den haben wir auch der nächste bitte geht doch mal aus dem weg elena mit wo ist die ratte da und er muss wieder nachladen aufpasse wo ist die ratte okay ich glaube wir können uns mal wagen oder da ist er da ist er da ist er sag mal wie kann der denn ab das gibt es doch gar nicht krass jetzt muss ich aufpassen das war die ganze arbeit gleich umsonst der ist da um die ecke die kleine ratte er bedoelt er bedoelt na endlich den hammer mal hier hoch jetzt bloß keinen fehler machen das war alles umsonst ich habe keine vernünftige munition mehr nein nicht darunter fahrt auf aus ich habe eine fahrt auf aus ich muss hier weg ok panzer faust du nimm doch die panzer faust nein die panzer faust nehmen ich muss erstmal gucken wo der ist die ratte da ok macht euch bereit so ich muss neue muni haben hier war noch irgendwo was halleluja so was haben wir hier noch eine panzer faust cool ok du wolltest nicht anders da 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 ist sowas nimmst du mit wo 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 hier ist überhaupt keinen schutz verdammte axt ja das war es schon wieder krass somat kann ich da nicht irgendwie hoch das hat sicherlich war lieber weiter 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 ach man da geht einmal auf den sack mit seinem riesen maschinengewehr ich habe noch zwei shows ich habe noch zwei schuss meine güte der ist immer noch nicht tot das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht das ist ja unfassbar ja ich weiß es ich weiß es ja ich will erst mal ein bisschen wo ist die große ratte da wo kommt der der geht nicht der geht nicht weg ich habe keine chance keine chance hier wie kann ich am besten ein spiel strecken das fast am ende ist in dem ich so schwer die gegner macht so endlich woher sind die denn ich habe keine ahnung wo das hier hoch geht ja wo seid ihr denn hier spackos mensch ab da das gibt es doch nicht unfassbar unfassbar das ist so geil das ist so geil wo geht das hier jetzt hoch jetzt ersaufe ich bestimmt gleich erstmal ne doch nicht meine güte ne da ist richtig und geht doch hoch ich war doch eben schon richtig jetzt ersaufe ich hier das war's ich weiß nicht wo es hier raus geht keine ahnung wird schon wieder alles blau hier ja das war schon wieder ja ich weiß nicht was soll das jetzt ne also so ein schwachsinn was soll das also ach er geht automatisch nach unten ja ich habe keine ahnung wo es hier raus geht eigentlich nur ein tauch irgendwo hier sein kann nix sehen hier wie groß ist denn dieses dreck schiff kann ich da nicht rauf ach das geht langsam runter jetzt deswegen ja ok da ist so ne klappe kann ich da nicht durch ne hier hoch geh doch hoch wieso geht der denn nicht hoch da ok da raus da ist doch gut das sieht doch gut aus und jetzt hoch 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 boah krass yo klasse den haben wir gut dass ich diese einmal pistole hier habt so mein lieben wir machen ja aber einen cut beim nächsten mal geht spannen weiter wir sind gerettet tatsächlich haben wir es geschafft aus diesem blöden schiff raus vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein bleibt gesund und tschaui 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 tschaui